Musik Sie suchen nach einer maßgeschneiderten Dichtungslösung für Ihre Hydraulik- oder Neumatik-Anwendung? Bei Silmecker Dichtungstechnik in Kapfenberg, Industriestraße, sind Sie an der richtigen Adresse. Wir sind hier in Kapfenberg am Standort der Firma Silmecker Dichtungstechnik. Wir haben einen weiteren Standort in Linz und wir produzieren Hydraulikdichtungen für Zylinder. Silmecker gibt es seit 1996 und seit 2003 gibt es die Silmecker Dichtungstechnik, die für den österreichischen oder generell deutschsprachigen Markt verantwortlich ist. Derzeit haben wir neun Mitarbeiter im Standort in Kapfenberg und Linz. In der Zentrale im Burgenland sind es über 100. Damit gemeint ist der Kunststoffcluster Burgenland, um als Unternehmen auch zukünftig erfolgreich am internationalen Markt positioniert zu sein. Denn hohe Produktqualität und qualitativ hochwertige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind das Ziel der Zusammenarbeit, um im globalen Wettbewerb bestehen und wirtschaftlich auch künftig erfolgreich sein zu können. Wir produzieren die Hydraulikdichtungen für Zylinder, die in Pressen zum Einsatz kommen, bei Bagan zum Beispiel oder auch bei Wogenhebern und so weiter. Und des Weiteren neben den Hydraulikdichtungen produzieren wir diverse Kunststoffdrehteile wie Büchsen etc. Einfach alles rund um einen Kunststoff, den man auf so einer CNC-Drehmaschine herstellen kann. Als besonders wichtig erachtet Geschäftsführer Gansberger die Tatsache, dass schnelles Reagieren auf die Marktsituation und spezielle Kundenwünsche in kürzester Zeit erledigen zu können, die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens absichert. In der Branche ist ganz wichtig, dass wir ziemlich schnell liefern können. Das heißt bei uns, wenn irgendwo ein Maschinenstillstand auftritt bei einem unserer Kunden, können wir die Dichtungen innerhalb von ein paar Minuten fertigen und so meistens innerhalb einer Stunde die Dichtungen schon liefern, sodass der Betrieb die Dichtungen montiert und mit seiner Produktion wieder weiterfährt. Somit werden lange Stillstandszeiten vermieden und das bringt wirklich sehr viel bares Geld sozusagen. Der Markt ist hauptsächlich da im Gebiet Obersteiermark, südliches Niederösterreich und Burgenland. Für den westlichen Teil von Österreich und südliches Steiermark, Kärnten, haben wir Partnerunternehmen, die mit unseren Rohmaterialien wiederum Dichtungen produzieren oder Dichtungen von uns zukaufen. Um in diesem sehr umfangreichen und mit viel Know-how behafteten Unternehmensbereich, wo kleine und große Kunststoffteile mit bis zu ein hundertstel Millimeter Genauigkeit gefertigt werden müssen, erfolgreich in die Zukunft schauen zu können, bedarf es einer präzisen Unternehmensphilosophie. Wir wollen in Zukunft unsere Firma nachhaltig als Nummer eins, zusammen mit unseren Kunden am österreichischen Markt festigen. Das bedeutet für uns, dass die nahe und direkte Kundenbindung, die wir haben, weiterhin verstärkt wird. Wir haben uns gefreut, dass wir gemeinsam in eine positive Zukunft starten.